Autorin Obergünzburg das sagt dir bestimmt auch was tatsächlich nur vom Hörensagen ähm achso weil ich ja Kapitel 1 hatte ich ja abgeschlossen gell das heißt wir müssten jetzt theoretisch ich glaube ich hier weitermachen mit Inheritance also die das ist die Geschichte der Tochter aus dem ersten Teil ein DLC Krankheit, Wahnsinn und Tod waren die Engel die an meiner Wiege gestanden haben und sie sind mir mein ganzes Leben lang gefolgt Edward Munch oh jetzt gibt es sogar eine Tation Lamp so wir kommen jetzt als Tochter zurück in unser altes Wohnhaus das ist mir zu lang ehrlich gesagt Obergünzburg ich überlege gerade schon aber naja wenn du mich finden willst also ungefähr dann musst du ja eigentlich nur Oberammergau suchen das ist dann so der Weg den du ungefähr brauchst hallo Asu man ich will nicht dauernd L2 drücken bleibt die Lampe nicht an ach du der alte Stinke ich versuche das 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 was was quit looking at me like that that dog is there for a reason oh all right you can let him out for now äh was war denn das seltsam hat der mal einen Hund gekocht wo er dieser hat der mal einen Hund gekocht und der Bubi wie du gehst jetzt schon wieder was soll denn das du kannst jetzt nicht schon wieder gehen du musst warten bis Patty und so da sind oh Lena ey okay uh-huh Ja, voll das schöne Bild gemalt Guck mal Hier, schick Nö Oh mein Gott, ich liebe Pimmel Weiß ich noch nicht, was bei dir überhaupt später heißt Muss ich mal gucken Ich habe übrigens ein paar Sounds geändert Äh, es sind jetzt ein paar Jumpscare Sounds hier drin Falls das, äh Weil ich ja nicht wusste, was ich spielen werde Hä Das ist eine schwebende Kerze, ist krass Wo ist denn die Leinwand hin, hä Das ist eine schwebende Kerze, die Leinwand hinzuzufest Das ist eine schwebende Kerze, die Leinwand hinzuzufest Da Da Das ist eine schwebende Kerze, die Leinwand hinzuzufest Was ist eine schwebende Kerze, die Leinwand hinzuzufest Hallo Chrissy Ist das Ihr Lieblingsfilm? Äh, Dirty Dancing Bitte was? Dirty Dancing Entschuldigung, ich hab's akustisch Dirty Dancing Ach, Dirty Dancing Dirty Dancing, ja Hä, willst du mich verarschen? Gib dir gleich ein Dark Sky Du alte Scheißmaschine, du Dark Sky, also dunkle Farbe, oder was will der von mir? Da ist ein Bild Warte Was zum Bitte nicht wieder auf meinen Strom legen, Bubi, gell Das kann ich jetzt nicht brauchen Merkwürdig Dark Sky Hallo Lisa You see In the end All we take for granted is fragile and temporary Man passes While Maybe Speaking of much Fuck I don't think our proud stallion likes the weather Let's Brighten things up a bit Hellen wir das Ganze ein bisschen auf Hat er gesagt Also den Soll ich schon mal nicht nehmen den Stift Sonst mach ich wieder alles kaputt Man wird ja wieder Bösse Dann hab ich mein Daddy Hab ich dann wieder Bösse Daddy Aufhellen Mit Grün, oder was? Einfach eine Mauer, Mann Ich glaub, der Hund, der mag mich nicht Kann das sein? Doch, ist das nicht mein Hund? Wie geht's? Ähm, gut Und selbst Heilige Der brennt Hä? Komm ich da jetzt wieder rein Wie komm ich jetzt wieder zur Leinwand Das ist doch jetzt die große Frage Die sich jedes Schnitzel hier Hey, ich lauf hier doch einfach nur sinnlos im Kreis, Mann Hi Hi Okay Oh, sackgasse Sackgasse Schnee, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hier rein, oder? Ja, und da ist dann... Wir haben jetzt, glaube ich, gelb. Das müsste ja dann... Nee, finde ich jetzt nicht. Wie geht's, wie steht's? Ich weiß nicht, ob der das wirklich so wollte. Für mich war der einfach nur geisteskrank. So, alles einsammeln. Ach, das hängt die dann dahin, verstehe. Verstehe zwar nicht, warum sie das tut, aber sie tut es. Oh, wie da Moos dran wächst. Moos! Antipasti, hallo. Keller, Keller ist gut. Keller ist immer gut. Keller ist nicht gut. Keller ist full of beschissen. Die Musik... No, that's not how it went. Maybe... Aber doch! Hey, Brain! Was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ja, Pinky und der Brain. Ja, Pinky und der Brain. Ihr habt alle die, äh, die, die Lena verpasst. Die jetzt alle gerade neu dazukommen. Die ist einfach schon wieder weg. Die kam rein, hat gesagt, sie ist in Bayern und ist wieder gegangen. Halt. Ja, bitte, bitte. Ja, ja. Still live. Abstellkammer. This place is a mess. I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not getting away this time. What the hell are you doing in there? Get out! Nein. Nein. Okay, ich, kann ich da jetzt, da waren doch, kann ich die Bilder dahin hängen? Ah ja, tatsächlich. Genau. Tür geht einfach zu, hey. Ab nach oben. Ich würde ja in das Haus nicht reingehen. Oh, was ist los mit dir? Ja, Mann, was ist los mit dir, Brotter? Mach mal nicht Licht aus. Noch ein Bild. Vor allem liegen da halt frisch gemalte Bilder von ihr rum, weißt du? Ich bin hier. Ich bin hier. Nach dir, schau. Nach dir. Ja, oh Gott. Nein, das ist nicht cool. Ich gehe nur kurz kacken. Ich kann dich draußen hören. Bitte, bitte, hilf mir. Es tut mir. Oh, es tut mir so viel. Ich kann es nicht mehr machen. Ja. Danke. Es hat jetzt gepasst. Ich mache einen Plattenspieler an. Es ist so gut, dass wir stehen, Katie, in diesem Welt. Äh, beauty, into this world. Okay. Da ist ein Schuh. Äh, ein Fuß. Was auch immer. Bla, 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 bla. Was ist das denn für ein Gewächs? Sieht ein bisschen aus wie bei der Last of Us hier. Aber das Unreal Engine 5 Update hat dem Spiel wirklich gut getan. Muss man ihm lassen. Ein Lockdoor. War hier nicht irgendwo mein Kinderzimmer? Ja, da hinten, glaube ich, gell? Ja. Okay. Hallo, Feniel. Daddy! Hier ist einfach gar nichts. All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. Princess, keep looking at me. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. Look at me! Princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster sniffed at the earth, its perky ears wearing with even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her. And yet, she knew that it was not over. There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence. For she had neither. The hag was near. Just outside of view. Do you want this story to have a happy ending or not? The hag was near. Just outside of view. But our heroine didn't dare to look. She had to keep her head straight, lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away, but fought it with all her will. For she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And there. The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait. That's not right. Her face. Why is she still... Scared? Oh, God. I didn't mean to... Princess. I am so sorry. It's not that he was cruel. It's just that, to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world. Unless it was translated to him through a canvas. Es ist nicht grundsätzlich, die Sounds. Aber in solchen Szenen, wenn ich... Da versuche ich mich schon da rein zu versetzen in das Spiel. Und wenn dann dieses... Also diese Sounds, diese... Gerade diese beiden Lieder. Weil die halt keine Bits kosten, spielt ihr die dauernd ab. In solchen Momenten. Und das... Das nervt mich dann irgendwann, wenn ich nichts mehr höre. Höre ja nix. Mami. Genau. Mami. Aaaaaaah. Geh zu meiner Mami. Mami ist die helle Seite. Nö. Dann nicht. Geh ich nicht zur Mami. Geh ich zum bösen Daddy. Hä? Hä? Wie klein ist die eigentlich? Bin ich ein Baby oder was? Hä? Was soll ich denn tun? Ah. Tür öffnen kann ich. Hallo Kind. Hallo Kind. Ah, komm mal. Don't be afraid. It won't bite. Here. Try it for yourself. Huh? Ich glaube, der tötet mich gleich. Kann es sein, dass der mich gleich umbringt? Hä, Schlangenöl? Snake Oil, die haben Schlangenöl. Oh, ist ja gut, Mann. Darf man hier nicht mal mehr üben, oder was? Ich soll mal eine Malstifte holen. Wo sind die? Lisa, du sexy Stute. Fuck, das war gemein. Mit dem Hund inkludiert, war das jetzt gemein. Woher kommt das? Oh, ich kriege gleich Tränen. Das Problem ist, wenn ich nicht rüber schaue auf mein OBS, dann sehe ich nicht, ob das ein Sound war oder ob das im Spiel ist. Das hier... Ich sehe... Da fliegen Bleistifte runter. Oh, hier passiert gleich irgendwas. Wenn sich die Musik schon so aufbaut. Ich glaube... Das war ein Sound, oder? Wo sind denn die Malstifte? Komm. Aufs Wesentliche konzentrieren wird schon werden. Ich muss da, glaube ich, hoch, oder? Hä? Okay. und 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 jetzt habe ich hier eine treppe gebaut aber 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 wozu dass mich mal wenn ich angst habe kommen mir tränen das ist einfach so das ist ein instinktiver reflex okay das war aber jetzt klar dass das passiert irgendwie das habe ich jetzt erwartet ich schelten coopers zimmer ja ja fuck oh oh ich hasse dieses geräusch ich ignoriere dich nicht ich habe das schon gesehen aber du warst doch gerade noch in twitch oder nicht oh ah geh weg ah i like trains okay was 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 ist hier los was was oh hö hö feier hilfe ich brenne nein 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 schaukelpferd ernsthaft was ist mit dem kind was was ist mit dem kind los ist es ist es kind sein wirklich so unheimlich kann mich da nicht dran erinnern also bei mir war das okay dramatischer effekt den ich aber nicht verstehe was ein abenteuer nur um die malstifte zu holen ernsthaft ah 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 folgen